Fertig! Soll ich schon mal den Grill anmachen? Ja. Gute Idee. Tarek? Stefan, drehe das Gas ab. Anna, ruf den Rettungsdienst. Leo, hol das erste Hilfeset aus der Küche bitte. Hey, alles wird gut. Der Notarzt kommt gleich. Können wir jetzt kühlen? Nein, die Wunde ist zu groß. Ich muss erst mal abdecken, damit nichts drankommt. Sollst du noch so festhalten? Der Rettungsdienst ist hier. Hi. Hallo. Hi, wer bist denn hier? Danke. Was ist denn passiert? Die Kräole, die Flamme, mein Gott.